so wir sind jetzt zurück folge 27 nach der kopf operation mission wieder aus oder auch neben den händen des klaus an identifiziert jetzt wird lustig die jubel mit item zu wählen exakt er die lohrer das das hat da uns nepp auf dem quatsch Added unit, load out, that. That. Add units. Add to red, sniper. Copy, added unit, load out. Oh, der hat aber nen miesen Aimwert. Shit. Dann geb ich ihm lieber das hier mit. Puff. Added unit, customize. Added unit, customize. Zopp. So, dann brauch ich aber noch jemanden. Fünf. Fünfzig Aim. um in 60 und leiten ein die Tänzke alle eingestellt ja und wer wohl so gehen müssen nur wieder sehr vorsichtig sein mit dem bau oder auch schütteln doch gern die nehmen wenn ihr dahinten steht der dünnen lauter und ihm dann doch das geben der Nervan geht mit dem Arcthrower und so Launch-Mischung. Gute mal Sniper einige machen. Auf das Meld verzichte ich wohl jetzt. Get ready to deploy. Our AO is within the continental United States. The alien craft set down in a remote area. Securing the site is our top priority. As always, we should eliminate any remaining hostiles in the area. It's very long. Hello? Okay, it's been a long time. Okay, it's been a long time. This is Big Sky. We're in position near the enemy LZ. Strike 1 is ready to move on your orders. I reach you, Big Sky. This was a landing, not a crash. So expect heavy resistance. Where is it? Where is it? I'm not sure in which direction I have to go. I won't go. Huh... I won't go after this person. Got it, moving. Keep gas. Ne, ich renne jetzt nicht mehr in der letzten Ewigkeit vor. Ja, du schwimmst auf eine Höhe. Okay, da ist irgendwo und da ist das Melt. Und da ist irgendwo das Schiff, ja. In Bewegung. In Bewegung. Verstanden, Commander. Ist doch mein Sniper, genau. Alien Objekt in Sicht. Verstanden, unterwegs. So. Jetzt noch einen Schritt nach vorne. Okay. Habt ihr was gehört? Und wer gesagt hat mir die Waffe auf jeden Fall? Weil du bist halt ganz gut aufgehoben, denke ich. Oh, das scheint ein riesen Ding zu sein. Das ist schon eines der riesen Dinger zu sein. Aaaaach. Du Kacke. Das hatte hier ein langer Einsatz. Vielleicht bist du sogar besser, wenn du hier hoch gehst. Aber jetzt ist es wahrscheinlich noch zu früh, da hoch zu gehen. Guck mal, dass wir die anderen Kram bewegen hier. Guck mal, dass wir die anderen Kram bewegen hier. Das hat man gut gemacht hat. wie kann er mich in Snippets schießen? 55 55 55 wenn ich da so ne schöne Makete reinsetze treffe ich nur 2 Schuss ist blockt ich will die Deckung weg haben da bin ich mindestens 2 dann weg hoffentlich dann nehme ich keine Deckung mehr das bedeutet ich kann mit der hier vorne ziemlich gut treffen Perfekt einer tot 75 kann sich andere wieder weg machen ehrlich 3 aus von 4 fällen 1 0 die sitzen wieder alle so eng aufeinander oh oh shit hit ich muss mal ein Stück zurück mhm den würde ich eigentlich nicht anschießen ich wollte den einen Typen das mal weg haben den da will ich weg haben komm schon geht doch Gott na herrlich oh na klar ja natürlich natürlich jawoll schönes gesicht geschossen ich ich jetzt voll ran oh oh flankier die jetzt das ist zähler flankieren schicht schicht 50% 55 das finde ich immer so geil position bestätigt ich bin mir wieder weg 66 komm schon da steht er heran laufen ha 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 54 na geil 55 hm es wird besser 73 jetzt muss ich mal versuchen das Ding zu stunnen würde ich sagen 4 komm stun es stun es jawoll das ist ja schon mal ein guter Anfang jetzt gehe ich hier hoch damit ich einen Höhenvorteil habe und ich würde sagen hua tue ich es mal auf Overwatch und ich schicke euch am besten auch hier hoch um nochmal einen Höhenvorteil zu haben und vorbei aber wie weit vorbei und auch vorbei höre schiff vor der typ in der gedankenkontrolle haut ab er gibt mir wahrscheinlich gleich ein übelste Schild und das mutter kommt von der Seite das ist richtig nervig grad die Situation Ich meine dieses Vieh muss doch relativ nah ran, aber das nützt mir nie so wahnsinnig viel. Ich muss erstmal hier runter. 75, komm. Jawoll, dass man 5 reingedrückt. 45, das ist doch lächerlich, 45 drauf gekommen. Öööö, nein. 57, 37, ey. Okay. Andersrum. 85. Nope. 84. Nope. Moment, 0,15 mal 0,16 ist echt wenig. Und der trifft. Das ist ne Wahrscheinlichkeit, ey. Meine Fresse. Oberwatch, damit der nicht noch näher rankommen kann. Das Vieh ist halt ultra nervig jetzt. Schießt das jetzt schon gleich? Ja, das schießt gleich. Jetzt geht es durch nen Höhenvorteil. Ein bisschen Pause, aber... No, noch mehr Mutants. Das war eine Minute, was vorhin zurückgefallen ist. Ach shit. Schade. Oh shit. Okay, der trifft nicht. Ja, das ist mir grad vollkommen egal, wo das nächste Meld ist. 55. Komm bitte, mach's jetzt weg. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö schritt ist dumm das ist richtig dumm also du triffst das jetzt gute triffst das endlich wieder um die seite weg und ihr müsst euch zurückziehen dringend das ding kann relativ weit laufen deswegen ist es wahnsinnig viel ich muss wahrscheinlich hier hin rennen lassen runde nachladen und so dass ich er kämpfen kann aber jetzt flankt so wahrscheinlich dank der wahrscheinlich den end oder genau nächstes rot tot weil er an der flanke steht ja 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 Schreddert. Ja. Wache wechseln. 75. Ich will das Schild weg. 57, komm schon. Ich habe doch eine Höhle-Torte-Ding. Ahahahahaha. Ahahah. Ahahah. Shit. Es ist doch ein schlechter Scherz, dreh dich andersrum. Mann. Ehrlich, dass man da nicht hinschießen kann, ist einfach nur ein schlechter Scherz. Das ist totaler Bullshit. Oh, jetzt sieht das auf einmal. Und trifft sogar. Wahnsinn. Aber jetzt könnte auch meine Support wieder top sein. Shit. Jupp. Mein Support ist tot. Oh, da war ich schwer verletzt. Ah, ich spiele eine Scheiße zusammen, meine Güte. Ahahahah, Mann.. Nachladen, Overwatch, nachladen und mal vorlaufen, um die dann zu retten. Oh, nö. Dann zurück. So, 5 heilen. Ich hätte immer noch keine nachgeladene Waffe. Wenn ich jetzt davor gehe will ich den. Vielleicht trifft der was, wenn der vorkommt. Na ja, traut sich wahrscheinlich gar nicht vor, oder? Doch. Na ja, traut sich so weit vor, dass er gerade sieht, was da dort ist. Und Mind Control. Ah, gar nicht gut, gar nicht gut. Wenn ich das Vieh töten, während er da an meinem Rücken steht, quasi. Haha, fuck it. Hm, 35% ist jetzt nie so wahnsinnig hoch. Ich bin unterwegs. Ein Prozent. Mann, hat der einen guten Aim-Wert. Ah, das ist echt ungünstig. Ich glaube nicht, dass ich da einfach hochkomme. Kann ich die Granate werfen? Komm ich nicht mal ran. Nö, kann ich nicht werfen. Da darf ich überall nicht hin. Ich kann hier noch eine Rakete schießen. Ich denke noch einmal zu treffen. Wer flankiert denn hier noch? Die, die flankt doch nur. 25%, das ist so lächerlich. Mit 60% Critical. Woah. Kann nur versuchen. Aber das ist übelst hinders. Oh, ich bin gar getroffen. Vielleicht vielleicht doch die Rakete schießen sollen. Ich bin unterwegs. Jetzt rennt das viel weg, ey. Ich kriege einen Anfall. Jetzt erzählen das mit zweimal Mind-Controllen. Oh, shit. Ich fahre mir meinen eigenen Küken kaputt. Das ist doch schon wieder scheiße, sowas hier. Ja. Na, der hat das wirklich nicht nachgeladen. Stimmt. Daran hätte ich vielleicht denken sollen, dass ich ihn nicht nachgeladen hatte. Ich mache das jetzt mit einer Granate. Hingeh... Und... Granate drauf. Granate drauf. Muss das 100% töten, das Vieh. ... um den blöden... ...meine Control zu ändern? Bewege um, Bewege um, Bewege um! Zu blöden, nicht nachgeladen. Und es ist mir nochmal hier reingebrallzt. Das wär nicht lustig geworden. Gar nicht lustig... Bewege um, Bewege um! Kann das bei der Luft, die zu den Anfassungen, die geschehen zwischen den alienabductions? Könnte es sein. Du machst irgendwas Overwatch und musst immer die neue Leute wieder zusammenkriegen hier. Shirley Homes 3. Ja natürlich würde die auch das Opfer. Von dem Mile Control. Ah, das Melt is lost, okay. War zu erwarten. Die sind wohl außerhalb von dem Ganzen. Oh, Seeker. Na geil. Tja, dann alle zusammenstellen. Overwatch und abwarten. Da ist eins. Der ist rot. Wahrscheinlich kommen zwei auch gleich mit, oder? Nee. Zwei. Oh, what? Nein. Nicht schon wieder Shirley Homes. Das ist doch einfach nur dumm. Das Ding kann schießen. Das ist nicht richtig. Ohhhh. Nie gut. Da kann das Ding ballern. Oh ne. Das wusste ich nicht, dass das Ding ballern kann. Sorry Shirley. Das ist einfach nicht dein Spiel glaube ich. Oder nicht mein Spiel, um dich am Leben zu halten. Das ist ja echt ein bisschen, ein bisschen arg bitter hier. Gehe achieve, was der Musik für das? Ich bin sicher noch nie. Halt und der Musik für den Geist auf der Fahrt. Dich bin ich sicher? Da bin ich sogar noch nicht. Und dann ist das Ding. Ich bin sicher. Das ist ja nicht. Oh ich bin sicher. Ich bin sicher. Es ist ja nicht ganz schön. Mann, ey. Mann, ich habe wieder zwei verloren. Die Einsätze werden definitiv härter. Ja, jetzt bin ich da hoch, dankeschön. Dankeschön, wir freuen sich, ich habe hier so einen Wehrsäcker gecaptured. Hallo, ich bin da wirklich da hoch, ja, danke, 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 danke. Ich bin da wirklich da hoch, immer noch, danke, ja, genau, dahin nehme ich dich bitte. Weil ich mehr genug Platz habe ich heute. Es sind immer noch mal Berserkern. So, da hin. Ich denke, dahin, der schon sollte relativ safe sein. Heute scheint nichts zu sein, dann gehst du dahin. Waffe wechseln, danke. Und nachladen. Ich will jetzt nämlich doch schon um die Ecke gucken. Okay. Achso, dann gehst du halt in Deckung. Nein. Keine Rakete ist einfach schön. Ich komme jetzt schon. So. Jetzt kommen. Jetzt kommen Sie wieder mal weiter. Prozent Prozent Stolen oder stehen nur kurz pausieren so wie der da Prozent ja ich werde mal hier durch die Tür gehen müssen, denke ich nö, nix verstanden, Commander 57 Newton kann ich denn hier irgendwie auch drauf schießen? immer kann der aber auch auf mich nicht schießen ja ich werde nicht so etwas mit einem Sniper machen, muss ich ehrlich sagen das gefühl nützt mir relativ wenig ne, ich wollte bitte die Pistole haben wie sehe ich das eigentlich noch ok, jetzt geht's zurück die Tür über außen rum gehen können hier oben rum einfach naja, dann ne, jetzt nicht mehr du kannst hier oben rum gehen soweit wenn ich halt hier oder dann wieder sichtbar in alle Richtungen ne, ich glaube ich gehe lieber alle über einen Weg wo 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 oh oh jetzt habe ich keine Deckung oh 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 da gibt ich jetzt einen Sniper oh 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 wo oh, danke Drei von den Dingern! Drei von den Dingern? Was zur Hölle? Drei von den Dingern? Drei Prozent. Das ist so lächerlich. Warum denn drei Prozent? Was ist denn von schlichten Aim? Komm, bitte. Mach eins weg. Jawoll! Jawoll! Eins ist wenigstens weg. Ich habe noch 200, das reicht immer noch der aus. Das wäre ja nicht wirklich klar, wenn er drei Prozent auf die Kurze Entfernung schon hat nur. Ja, Mine Control? Ja klar, Mine Control. Oh, mein Sniper Mine Control? Das ist jetzt asozial. Das ist Mine Controls als nächstes. Jetzt muss ich mit einem Soldaten... Ne, mit zwei Soldaten, zwei Leute. Die sind flanking meine Position! 42% Yay! Ne, 100... 53... 44... Ich werde wohl mal... da hingehen müssen. und dann alles auf eine Karte setzen. So, 82 machen weg, bitte. Das wäre Nummer 1. So. Und jetzt nochmal so eine Aktion. Nein. Oh, fuck. Oh, sehr gut. So, nachdem es gerade grandios gescheitert ist, das Spiel, ist es nämlich abgestürzt. Nehme ich einfach die sichere Variante. Sechs Schaden. Passt. Mir egal, dass es da kaputt geht. So, ich hoffe, es stürzt es nicht wieder ab. Meine Fresse. Werde nicht mehr Folge 26 abschließen können. Schaden. Wrong, aber ich bin promotet. Oh. Das Ableing-Shotel ist nicht der erste Schadenkurs. Schaden. Schaden. Okay. Ne, Battlescanner. Oh, Kopie ist Support geworden. Das kann ja lustig werden. Hey, Reed killed. Schaden. Schaden. Es ist ein National Service Cross. Ich weiß, es kann nicht nur eine einfache Aufgabe, sie zu bringen, sie zu leben zu bringen. Du kannst dir vertrauen, dass das Forschungs-Team es wert ist. Armour-Technology. Jetzt kann ich Armour besser erforschen. So, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir müssen vielleicht nochmal... Higher Soldiers mindestens zwei, drei. So, das war's dann für diese Folge. Dankeschön und bis bald.